Der KirmesfanNOW das ist ein Offride Das ist ein Offride Alter Ich frag dich so schön Mellarse Von Finale Ich bin jetzt nicht dran Ich füge mich grad wie auf dem Zwister von Deinhard Ich füge mich wie Alpha1 Also Fahen wir mal ganz locker an Jetzt sind wir vorne 2 gehöhlt. Jetzt haben wir alle. Machen wir locker an. Da geht schon mal super. Reicht mir schon. Alter. Da war jetzt sicher jemand hier unten links. Hacke nicht in der Kasse. Ich wurde hier hinten aufgestellt. Wir haben immer Kissen an. Auf den Hof muss. Seht doch wo Alf hier sitzt. Da. Da saß Alf. Alter. Alter. Das ist jetzt echt schon heftiger als der andere. Habe ich aber gehabt unter uns. Ja. Guck mal. Da kommt ja fast der Burger King hoch. Ja. Jetzt gehts. Jetzt haben wir 3 Minuten. Oh oh. Ah. 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 Sascha. Christian. Wie kann das passieren? Oh. Wie schwindelig. Oh. 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 Alter. Ich muss mal fahren. Ah. Genau das geht. Da kannst du die Turbina mal einpacken. Da kannst du die Turbina mal einpacken. Ich meine dir, die Fahrrad kannst du gar nicht so schnell sind. Ah. Ok. Let's goooo. Hey Baby! Jetzt! Kimmela! Get your ticket now! Get your ticket please! Ja, ja. Wartenskills! Unter links! Und nächstes Jahr wieder bei Ulf! Das ist die Pause? Ne! Das ist die Power-Runde! Das ist die Pause! Ja! Ich bin der Kims Wies, mich kennt man auch von TikTok! Ja hör mal! Du hast doch damals auch den Escape eingeweiht! Ne, ne! Dann wäre der Evangelischen Fahrer! Ich hatte den Kano-Kaschen selbst gescheuert! Alter! Junge! Das ist mit dir die Runde wohlgemerkt! Du warst doch nicht normal, Alter! Du warst doch jeder von einer! Simon, du sorgst doch endlich mal an! Lasst es euch! Geht mal gleich zur Kasse und sagt, der Simon ab Toilette ist ja nicht so gut hier besorgt! Es ist ausreichend! Oh! Blödsinnig! Nein! Ich fühl mich viel krischern, wenn der Box aufsteht! Oh nein! Oh Gott! Lasst es euch! Niko kämpft mit dem Piratespuppes! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh du sollst jetzt aufstehen? Oh Gott! Oh, leck mich! Nein, 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 nein!